Ich bin auch für faul sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Hey, guck mal, wie unser Spatz Willi aussieht. Ich glaube, der war auch beim Friseur. Den erkennt ja nicht mal mehr seine eigene Mutter wieder. Kann der überhaupt noch fliegen mit der Kraus auf dem Kopf? Hoffentlich fängt er nicht wieder an zu jodeln. Aber ihr könnt festern, wie ihr wollt. Ich finde mich schick. Das ist die Hauptsache. So ist es. Also, Jungs, von mir aus kann es losgehen. Was geht los? Jetzt geht es los. Richtig los. Montag, Dienstag, Alltag. Die Tage sind nun vorbei. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ab heute haben wir frei. Muttis, Vatis, Onkels. Sie rufen alle, Jochai. Axel, Willi, Maxel. Ab heute haben sie frei. Schmusen, kommen, sparsen. Spinat mit Spiegel ein. Lachen, singen, springen. Ab heute haben wir frei. Hier sein, weg sein, zusammen sein. Ganz ohne Zahnen dabei. Laut sein, still sein, weg sein. Ab heute haben wir frei. Hier sein, schön. Blödsinn und manche Geigeleit, Sonnabend, Sonntag, Freizeit, ab heute haben wir frei, ab heute haben wir frei, ab heute haben wir frei.